Hi Leute, willkommen zu einem Video mit meiner Zinia und heute drehe ich das 100.000 Abonnenten-Special. Ich kann jetzt selber nicht fassen, dass ich dieses Abo-Special drehen darf. Jesus! Sex? Nein, ich bin jetzt wieder. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Ich hab's gewusst! Ich hab diese Mama dann bei mir zusammen! Ich hab's gewusst! Ja, ich hab's gewusst! Ich hab' gewusst! Das war's doch... Ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der diesen Kanal abonniert hat. Das ist einfach so unglaublich. Leute, das ist echt krass. Ich wollte mich ganz besonders für eine Person bedanken und das ist HeyMoritz. Und nochmal einen riesen Dank an jeden Einzelnen, der meine Videos einfach nur liked, kommentiert oder sie sich einfach nur anschaut. Ich liebe es, meinen Zuschauern etwas zurückzugeben und ich glaube, einige von euch erinnern sich noch an mein letztes Auslöser schon. Denn dort habe ich eine Alexa verlost. Und heute gibt es auch ein Gewinnspiel. Wie ihr seht, habe ich in diesem Hintergrund diese süßen Flieschkissen. Diese haben ihr freundlicherweise Moodrush zugesendet. Am meisten feiere ich dieses Melina-Sophie-Kissen, weil, Leute, ich liebe Melina-Sophie einfach so sehr. Eine Frage, hättet ihr Lust auf ein Selina-Kissen? Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Also ich kann mir mega gut so ein Lama- und Plüschkissen vorstellen. So, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. In diesem Video könnt ihr 5 Wunschkissen gewinnen. Das heißt, 5 Gewinner können sich jeweils ein Kissen aus dem Moodrush Shop auswählen. Den Link zum Moodrush Shop findet ihr unten in der Beschreibung. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach. Besuche den Moodrush Shop, such dir ein Kissen aus und schreib mir dann unten in den Kommentaren, warum du dieses Kissen haben willst. Der Gewinner wird in genau 10 Tagen ausgelost. So, Leute, das war's mit dem Video. Ähm, ich bedanke mich nochmal an jeden einzelnen von euch. Und ja, ciao!